Bär! Guck mal, wir haben einen ganz tollen Trick eingeübt. Und mit dem anderen Arm können wir das auch. Hier kommt die große Tiger-Tressur. Hoppla! Und nun derselben Trick. Oh! Pass gut auf und fahr nicht den falschen Weg. Jetzt kann ich den Sägentrick nicht zu Ende führen. Wollen wir ihn zusammen üben?